Hallo! Willkommen zurück zu Siopolis Und hier werden wir jetzt mal ein bisschen weiter machen So Das schmeißen wir hier rein So Oh Wir brauchen Bones Also Oh Dann bauen wir die Baitbox Okay Damit kriegen wir Fisch Und ja Okay Ähh Was machen wir dann Oh Gott Ach Verdammt So Dann pfeifen wir nicht mehr die ganze Zeit Auf der Auf der Auf der Dann sollte ich mal gucken, wie ich das vergrößern kann. So. Und ich brauche ordentlich Bounce. So. 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 Oh. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, I block Ah, okay Furnace cooked Ah, okay Ah, okay Okay, das läuft Dann brauchen wir wieder Shears So, okay Okay, also holen wir uns jetzt hier reichlich, äh, Leaves Für die Strainer Das kann ich direkt mal einsetzen Okay, auch何 Notice Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Anfang ist natürlich wie bei allen Skyblocks anstrengend. So. Oh, stone pebbles. Okay. So. Ich will eben eine Truhe bauen. Ah, ich brauche noch eine zweite. Oder so. Ah. Schade. Hallöchen, soweit ganz gut und bei dir so. So. Okay, muss ich das... Bauen wir mal eine Angst. Das Problem hier ist natürlich, dass das Wasser toxisch ist. Und ja, gleich nicht das Beste für mich. So. So. Aber... Äh. Funktioniert das? Das hat nicht funktioniert, weil... Ja, war klar. Das war auch klar. So. Okay. Okay, das läuft jetzt durch. Ah. Ja. Ja. Cool. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Am Anfang ist das hier immer relativ wenig los. Und nach und nach kommen dann Leute rein. Was geht bei dir so? So. 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 Verdammt. So. 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 Ähm. Wir spielen... Siepolis, Siopolis glaube ich? Ja. Doch. So heißt das. das ist ein Modpack, was unter Wasser spielt, genau das hat sich sehr interessant angehört weswegen ich da mal rein wollte ah, H1 Deutsch, okay ja, äh Zeopolis ist ähm, ist ein Unterwasser Modpack das heißt ähm, du kannst draußen nicht atmen und das Wasser gibt dir Schaden dazu, also musst du rausfinden, wie du draußen überleben kannst aber cool, dass du Deutsch gelernt hast auf jeden Fall, das hört man nicht oft oh 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 Das war's für heute. Genau, ähm, basiert auf Skyblock, aber als Unterwasser-Ding. Ist an sich ganz lustig gemacht auf jeden Fall. Weil du halt nochmal eine komplett andere, äh, Möglichkeit hast. Drying Wreck. 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 Das war's für heute. Gucken wir mal, was wir mit dem Katalog machen können. Gucken wir mal, was wir mit dem Katalog machen können. Gucken wir mal, was wir mit dem Katalog machen. Gucken wir mal, was wir mit dem Katalog machen können. Über den Strainer hier können wir mit einem Bone Mesh und ein wenig Leaves, können wir dann Stones bekommen, Stone Pebbles. Womit wir dann andere Sachen umsetzen können. Können wir das eigentlich beraten, den Wurm? Okay. 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 Das Drying Rack bauen. Am besten davon sogar zwei Stück. Damit wir eins Waterloggen können und eins mitmachen können. Inteaz? ichtig. Wie geht's? 조 ! Wie? Wer ist wohl Steht? Okay, das sind Soaking. So, dann sind die wenigstens nicht mehr so laut 1,2,3,4 Okay, also brauchen wir hier noch ein. Yeah, I know, but it's so, you're German, it's really okay. Okay, so I understand you, but I think you have a problem with understanding me? Or is it the other way around? Okay. 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 So, the chest. Okay. So, dann mach das auch fertig. So, it can be waterlogged to create a soaking table. Okay. 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 Nice. Oh, dann können wir schon den nächsten Schritt. Okay. I can beware. So, when you are both of them all, I use words to write in German, doch we are subscribed to the question. Hey. Also das Beste ist eigentlich Nonstop zu reden Da Lernt man eigentlich am meisten So So 8 So 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 Das war Fertig Können wir jetzt zu Diving übergehen So 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 Oh Gott. Oh, uh, I've. Cool. Damit haben wir reichlich dazu gewonnen. Die beiden. So, kriegen wir ein bisschen Paper. Nice. So. Dann können wir noch Chests bauen und ich will ein bisschen hier vorne kommen Okay. So, black paper. Okay, das haben wir und das haben wir. Dann können wir jetzt eigentlich auf die Jagd gehen. So, das raus, das raus. So, dann gehen wir mal nach unter Wasser. Oh, das war nichts. Okay, auftauchen. Safety first zumindest. Okay, dann können wir das eben drausholen. Was können wir denn hier mitmachen? Okay, erhalten wir Flint. Eroding water. Slack können wir nutzen. Ey, ich gleich schon wieder vom Hai angegriffen werden. Oh, wir machen Dirt. Kompost. Oh, wir machen Dirt. Okay. 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 Und, Zuschauer, was geht bei dir so? Da ist der Hai. Und, Zuschauer, was geht bei dir so? Ja, das hatte ich gesehen, aber noch nicht so. No Trampler. Dann die Fixes sind, ja. Interessant. Könnte man vielleicht nochmal reingucken. Zu 10 gab es auch ein Update. Distance Horizon finde ich super. FTPX kompakt. Jade wurde genutzt. Ja. Hört sich auf jeden Fall cool an. So. Watt. Tom. jetzt gravel dort müssen wir finden sand haben wir glas das können wir schmelzen für yummy und das hört sich nice an und wie könnten wir halt die bottomy pots machen mit dem wooden hopper ja ok ich finde das schon mal interessant was sie da alles noch weiterhin zugefügt haben und was ich auch cool finde ist dass sie trotzdem noch weiter updates machen aber ich denke mal das liegt daran dass ich hier bei osmos 10 wie sie hier geschrieben haben der update beschreibung dass sie jetzt warten bis die updates reinkommen und dann anfangen mit kuba jays alles zu bearbeiten so ARD Text im Auftrag von Funk Achso, das funktioniert. Oha. Okay. Ah. Wir können Mulch verwenden für Mulchgroves. Dann erhalten wir Mulch. Okay, das ist nice. Also bauen wir ein paar Botany Pots. Okay. 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 So. Okay. So. Also, wir bauen jetzt hier ein bisschen Botany an. Jetzt brauchen wir Dürr, ne, wir brauchen Bucket of Water. Pflanzen wir hier drin Kelp an. Oh, wir brauchen einen Iron Bucket. Tropical Fish, Simon, Bot. Okay, dann funktioniert das nicht. Aber wir können... So. Dann können wir jetzt eigentlich auf die Suche nach Dürr gehen. Das war ein Spawner, aber... Da ist noch ein Spawner. Okay, schnell hier raus. Marble. Oh. Oh. Was sollen wir hier halten? Tall Room Key. Corridor Key 2. Okay. Das finde ich nice. Ender Pearl, Fragment, Motulose Shell. Bedrod Seeds. Okay. 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 Äh, so. Das haben wir auch. Das haben wir. Oh, den Flower Pot hätte ich ausnehmen müssen. Das sind die Flower Pot. Das sind die Flower Pot. Das sind die Flower Pot. Und... Das waren wir doch hier verdraut, mit der Beetrope. Das war's. 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 Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Haben die da irgendwas reingeschrieben? Das war's. 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 Oh. Das war's. So. Das kann es weg. Das auch, das auch, das auch, das auch. Den kann es nicht mehr machen. Die. Schmauker. Den könnten wir eigentlich mal bauen. Oh. 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 Hey, noch mehr Herzen. Hey, noch mehr Herzen. Hey, noch mehr Herzen. Jetzt brauchen wir Mulch. So, mit den ersten Mulch, den wir hier bekommen, setzen wir hier rein. Oh, wir kriegen sogar zwei Eis. Dann können wir den raus und so machen. So, mit den ersten Mulch. So, mit den ersten Mulch. Okay. Das fertig. Mulching time. Seeds. Erhalte Seeds. Okay, haben wir. Grass Seed can be turned dirt into grass. Eis. Boothworlds. Resident Crafting. Okay. Nice. Dann Sand plus Mulch. Okay. Hops Reddish. Damit können wir beschenken. 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 Ja. 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 Beschenken. See. Eeeh, sauber. Das ist Sand. Baller da ruhig drauf. Strain, strainer. Can we use this to summon mobs press? Oh, unsere Blogging Inventor View Recipe. Ah, ja. Kennt man ja. Äh, dort. Suche die Möglichkeit. Sugar Cane. Whitney Park. Nice. Okay, das wäre noch was, was ich habe. Okay, auch Eisen. Einmal alles. Fehlt uns nur noch Kaktus. So, was ist denn der nächste Schritt? Basic Horse. Gravel Me. Oh. Das kann ich dann durch ein. Oh. Oh. Iron Shunk. Iron Bronze. Iron Bronze. Okay. Also brauchen wir erstmal Iron Bronze. Ice. Wheat. Ice. Grass. Okay, dann brauchen wir das erstmal noch. Oh. Oh. Was ist der? Hier muss der Wassereimer mit. Oh. Hinten befehlten wir noch. Okay. Okay. Nice. Okay. Kann ich da jetzt den? Den behalten wir. Den rein, so. Den mit. Oha. 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 Kaktus. 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 Okay. Ich glaube ich sollte gleich mal Toms Inventory bauen. So die Pumpkin, Pumpkin und Bellen. Okay. Minicoolstone. Copper. Das ist einfach mal los. Das nehmen wir aus. Basic Wands. Ha. Tom Storch. Bronzen Nugget. Das hier brauche ich Sinn. Okay. Inventory Cable. Tori Trim. Das ist relativ easy. Das hier brauche ich. Okay. 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 Crystals, meinst du? Ach, du meinst den Dragon Core? Doch, ich hatte die Crystals eigentlich genommen. Sogar zwei Stück. Also, der hat zwei Inputs und zwei Outputs. Sogar zwei Stück. Ja, ich weiß nicht, ob ich da an die Grenze von dem ganzen Kram gekommen bin. Obwohl, das könnten wir jetzt eigentlich mal eben testen, oder? Wir gehen nicht, machen kein Update, weil sonst muss ich auch noch den Server updaten. Ähm, ich will jetzt mal testen, was passiert, wenn ich den, ähm, den Energy Cube direkt an den Draconic anschließe. Das muss ich testen, da hast du mich gerade auf eine Idee gebracht. Weil es könnte sein, dass der, ähm, entweder blockiert Mechanism oder Flux Network. Und trotzdem vier Milliarden ist, trotzdem viel Strom. Nice. Ja, dann musst du nur noch irgendwann eine Genetikmaschine bauen. Ja, definitiv. Ja, dann muss ich den, ähm, entweder schnappen, oder schnappen, oder schnappen. Ja, dann muss ich das. Hopps. Loll. Ja. Damit ich hier nicht irgendwie Sachen kaputt mache, habe ich mit der Hand abgebaut und der Creative die Creative Cell wird dann zerstört. Oh ja, das ist wirklich ouch. Das war es dann mit einem ATM-Star. Oh ja, das war es dann mit der Hand abgebaut. Oh ja, das war es dann mit der Hand abgebaut. Oh ja, das war es dann mit der Hand abgebaut. Oh ja, das war es dann mit der Hand abgebaut. Aber ich glaube, ich habe nämlich gerade herausgefunden, warum ich nur mit 4 Milliarden reinpumpe. Warte, die Anschlüsse von Draconic geben nicht mehr her. So sah das zumindest gerade aus. Oh ja, das war es dann mit der Hand abgebaut. Oh ja, das war es dann mit der Hand abgebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte das gerade mal eben abchecken, aber vielleicht gibt es auch noch andere Draconic Inputs. Ich wollte das gerade mal eben abchecken. Ich wollte das gerade mal abchecken. Ich wollte das gerade mal abchecken. Draconic? Ich habe die Energy Pylons genommen. Ich glaube die können nur 2 Giga FE aufnehmen. Ich wollte das gerade mal abchecken. Ich wollte das gerade mal abchecken. Ich wollte das gerade mal abchecken. Oh. Oh. Könnte natürlich anschließen, ein paar mehr Energize-Pylons anbringen. Das Ganze dann testen. Oh. 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 Ich brauche Points. Ich brauche. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, okay. Oh. 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 Okay. Nice. Nice. Ja, ich glaube, das tut nur gut. Äh... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Kann ich das zu nem Crafting... Ah. Oh. Nice. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Water in the world's blocks. Oops. Obelus went through points. Crafter block breaker. Okay. Also mit den Bienen kommst du echt gut voran. Okay. 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 Cool. Schreie. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Tom's Inventory Export. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Haben wir Chester. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Okay, das Ella ist früh. Okay, das Auto ist früh. Hier ist früh. Dann ist früh. Okay, das ist früh. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Okay Ha, Salva Alter ist das hier am Donnern Oh 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 Ja Ich glaube auch, weil du damit echt besonders mit den Genen so richtig krass viel bekommst Oh 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 Ja. Das war's für heute. 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 So. So. Das war's für heute. So. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Oh, okay. Das war's für heute. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war's für heute. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war's für heute. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ah, also to choose to position. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott! 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 Vielen Dank. Okay. 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 Let's do it. Okay. 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 Oh. Iron und Nickel. Iron und Nickel. Iron und Nickel. Das will ich jetzt mal testen. Das will ich jetzt mal sehen. Das will ich jetzt mal sehen. Das wird jetzt mal sehen. Das wird jetzt mal sehen. Das wird jetzt mal sehen. So... Oh... 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 Ja, hier gibt es auch Refined Storage, aber ich habe schon angefangen, die hier zu erweitern. So, ich habe schon angefangen, die hier zu erweitern. Du bekommst oder kannst du Keys craften, wie den hier, und der gibt dir dann einen zusätzlichen Raum zur Verfügung. Jetzt, die wollte ich eh nehmen. So, dann gibt es ja hier diese Keyholes, dann kannst du einfach einen Raum dran setzen. Dann hast du das Ganze erweitert. Und die Keys kannst du in Truhen finden oder halt auch craften, wenn du willst. Und die Keys kannst du in Truhen finden. Dann habe ich den ATM-Star hergestellt und habe ein paar Sachen noch getestet und bin so gesehen damit jetzt durch. Was soll ich denn noch machen, außer die Blöcke, ATM-Star-Blöcke herzustellen? Was soll ich denn noch machen? Ich habe noch meinen, der ich diese Östergarten von Rops gelesen habe. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Oh, danke. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Möchter, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oder? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ja, also da würde ich dann noch die Updates abwarten, die da kommen könnten. Aber bis dato habe ich da halt auch noch nichts gesehen. Also, auch das jetzige Update ist ja noch nicht. Also, auch das jetzige Update. Also, auch das jetzige Update. Also, auch das jetzige Update. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ab nach unten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, das ist sauber. Also, das ist richtig cool. Also, das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ich kann aber nicht sagen, warum. Das ist richtig cool. Ja, das mit dem Discounter könnte vielleicht hinkommen. Ja, okay. Und ich bin halt so jemand, ich will alles vom Dingenskirchen abfrühstücken. Kann ich mir den auch einstellen? Ja. Aber das ist mega. Ja, also, dass das dir das Spaß macht. Ja, genau. Und irgendwie ist es immer das gleiche. Oh, oh. Ja. 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 Und dann so. Aber sonst hatte ich eher den Eindruck, dass es auch ganz hart nach Far Cry kommt. Also, die pure Far Cry Formel. Und ja, das fand ich ein bisschen problematisch. Also, weil irgendwie, das macht keine Laune mehr. Und es ist irgendwie nichts Innovatives dazugekommen. Also, die Questreihen sind spaßig gewesen. Auch die Nebenquests fand ich. Aber halt die, wie ist das gleich noch? Die, die, alles drumherum war halt irgendwie nicht nice. Das kommt jetzt noch zu. Und dann haben wir uns woenschen. ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Schests. So, da wird das Flint rausgezogen und verteilt sich dann hier. Ja, das können wir machen. So, Eroding Water. So, So, und wie funktioniert der? So, 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 So,